Dominik Vlasny strebt unter bürgerlichen Namen die Hofburg-Kandidatur an, ist aber besser bekannt als Marco Pogo, Sänger und Komponist der Punk-Rock-Band Turbo Bier. Für die Musik entschied er sich während seiner Zeit als Turnusarzt. Über die Musik kam er zur Politik. 2015 gründete er wegen eines gleichnamigen Songs die Bierpartei zum Spaß. 2019 machte er ernst damit. Bei der Nationalratswahl 2019 schaffte Vlasny die Kandidatur in Wien und holte fast 5000 Stimmen. Bei der Wiener Gemeinderatswahl 2020 waren es schon rund 13.100, aber nicht genug für den Landtagseinzug. Den Einzug in einige Bezirksvertretungen schaffte die Bierpartei, aber Pogo ist Bezirksrat in Simmering. Und alles andere als Impfskeptiker, der nicht praktizierende Arzt impfte in Wiener Impfstraßen und auch vor seinem Konzert in der Arena gegen Corona. Das Medizinstudium in Wien hat er 2012 abgeschlossen. Vlasny ist mit 35 Jahren, geboren am 27. Dezember 1986, der jüngste jemals angetretene Bundespräsidentschaftskandidat. Das Medizinstudium in Wiener Impfstraßen und Wiener Impfstraßen und Wiener Impfstraßen.